So, wir sind hier im herrlichen Scheibumm. Getrus ist noch nicht da. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ein Feuer zu machen. Ich glaube es nicht. Ich bin total beeindruckt von dir, weil Marco hat es Feuer gemacht. Und zur Not, wenn das Holz nicht reicht, können wir immer noch Steine verheizen. Ja, und wie man sieht, es funktioniert auch sehr gut dann. Der brennt schon. Ja, ist klasse. Na, wie man sieht, das war mal ein Riesenstein, den verheizen wir gerade noch. Restlich so Ressourcenverwertung, hat Marco vorhin gesagt. Finde ich eigentlich echt persönlich sehr gut. Der Naturschutz, die Liebe. Simon! Das ist ein Stein. Hi! Hi! Das ist voll krass. Guck mal, das ist alles angeschwemmtes Zeug für irgendwelche Algen oder so. Und da hinten, da ist ein Baum. Ich bin jetzt nicht klar. Das war's für heute. 2 Millionen dreams, the ball I keep gonna make I'm watching It's like a secret time Guten Morgen, bin gerade aufgewacht, die anderen schlafen noch, da hinten haben wir gestern noch Lagerfeuer gemacht. Und da haben wir geschlafen, da hinten schlafen die anderen noch und jetzt warten wir nicht nur noch darauf, dass die Sonne hier durch diesen Wald kommt, von der Seite, da hinten ist sie schon und dann wird es wärmer. Das ist ja, das ist ja. Da waren echt viele Kulisse drin, ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß nicht ob du den meinst, die Freundschaft zu Jehova ist es wert. So, Lukas hat einen neuen Assistenten, Kameraassistenten gefunden. Wer, jetzt kriegt sie über den Bildschirm. Nein, jetzt reicht's, du darfst gehen. Morgen Snack? Ja, Proteine. Proteine, Bro. Was hast du da gefunden? Das ist eine Weinbergschnecke, also in Frankreich ist das ja eine Spezialität. Vielleicht als leichte Zugabe in einen Tee. Fütterungszeit. Wildtierfütterung. So, die anderen, die gehen jetzt noch in die Arme hüpfen und gehen sterben. Schon sehr kalt. Ich bin vernünftig und überlebe. Wääh, ist es widerlich. Ja. 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 Jetzt erstmal mit dem Longbow von von Kohlkrupp nach Ulstaat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020